Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Microsoft Survival Games. Heute wieder mit dem Zuzu HD. Hallo. Ja, was spielen wir denn heute? Supersplief. Hier geht es darum, den anderen hinunter ins Wasser zu bringen. Das ist extrem lustig. Und man muss sich extrem konzentrieren. Ja, aber wirklich. Oh, Junge, ich hab gewonnen. Und es geht darum, wer... Oh, nein. Feil. Es geht darum, wo wir uns springen rein. Es geht darum, wer fünf Runden gewinnt, der hat das ganze Spiel gewonnen. Das wird nicht der Zuzu HD. Nein! Zuzur? Ja. Ah, du bist noch da dran. Okay. Renne ist weg. Ich baue mich weg. Alter. Alter. Alter, nein. Oh, Gott. Das geht immer extrem schnell. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie fünf oder sechs Spiele machen. Komm, Farek. Nein, die gibt's. Nee, nee. Nee. Oh. Nein, nein. Nein. Wow. Nein. Nein. Ah, ja. Geil. Aber das ist ja, wo ich mich gefunden habe, ich gewonnen habe, vergiss es nicht. Ja, aber du bist... Du hast vorhin so ein bisschen verkackt. Hab ich das Gefühl. Du hast zweite... Zweite Runde so. Ja. Bausten durch von dir und springst rein. Wann fällt, ich gebe es zu. Warte, stirb. Stirb, du. Komm, Farek. Nein. Ja. Gut. Oh nein, du machst keinen Punkt. Alter. Mein Junge, Alter. Äh, lag. 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 Warte, lag. Warte, nein, da wird sie in den Tag gegangen. Wow. Verfassert. Nein, lag. Nein. Oh, Junge, wuuu. Es lags gerade über, weil mir ist dich mehr. Okay, warte, wo bist du? Lag wieder. Oh, aber wir auch, aber weil ich in der Lobby bin. Wo bist du? Ähm. Wo bist du denn? Ja. Na, gefunden. Ähm, ja. Aktion. Äh, machen wir mal. Warte, es lag gerade übel. Option. Akzeptier schnell, bitte. Nein. Bitte. Ähm. So, so. Warte, es lag übel. Ja, akzeptiere nur schnell. Ja. Slash accept. Das geht ja, oder? Nein. Was? Ich bleibe gerade. Junge. Was läuft? Alter. Alter. Ja. Komm. Alter, ich kann nichts mehr machen. Okay, dann setze ich hier schnell einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Der Zuzu hat es im Griff bekommen. Ja. Ja. Ist nichts, ich habe Geld. Bei mir ist nichts, ich habe. Oh, diese Map hat keinen Rand, das ist kacke. Finde ich geil. Nein, wenn du ins Wasser läufst, dann bist du tot. Tot. Toter Mensch. Da passen toter Mensch. Jetzt gleich. Warte, nein, nein. Ja. Geil. Oh, nee. Scheiße. Fail. Bau doch mal ein Loch vor dir und falle rein. Oh, alter. Ja. Ich bin besser. Das ist nur. Nein, Alter. Alter, Alter. Geil rein. Ja. Geil. 2, 2. Ja, 2, 2. Wow. Was? Nein. Spring rein. Ich springe bestimmt nicht in mein selbstgebuddeltes Loch. Aber ich. Ja, geil. 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 Oh, Alter. Alter. Das war nicht schlecht von dir. Ja, reden wir jetzt nur wo man drückt. Nein. Nein. Geil. 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 Kampf. Wow, alter. Du bist jetzt gerade. Oh, scheiße. Nee, 4, 4. Alter. Oh Gott. Das entscheidende Finale. Nee, du hast gewonnen. Ha. Kacke, 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 kacke. So, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ja. Leck du mir. Alter, lauf einfach einmal her. Da. Haha, gut, warte. Oh, Junge. Ich war bei dir. So, nehmen wir mal Thanksgiving. Jedes Mal eine andere. Was? Gut, die sieht nicht schön aus. Ja, wie kommst du da drauf? Wo? Bei mir bist du gerade über dem Glas. Was? Alter, bei mir bist du in der Luft. Nee, oder? Doch. Ich schwebe. Warte, schnell. Bleib' ich erstellen. Ähm, F2. So, jetzt mach' weiter. Weißt du? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Gut, ich war hinter dir. Ja, du warst du, was auch über mir, bei mir. Oh, beinahe rübergesprungen. Was? Ja, geil. Schön in die Ritze. Was machst du für ein Müll? Junge, das war knapp Jetzt ist es ja immer knapp Ja, bei mir Beinahe in mein selbst gebuddeltes Todesloch gefallen Junge, komm Alter Ja, wenn du dich einbaust Ja, komm von in dein eigenes Loch Fall du rein, komm Komm, fall rein Ja, das war taktisch von mir Du bist gleich geworden Diese Map ist scheiße Es geht Oh, Alter Was? Wie bitter 2 Punkte Das muss ich vorsichtig sein Ich bin der Überpro in diesem Game Merkt, dass man wohnt Oh, nee Doch nicht so überpro Ja, komm Pussy Mode oder was? Wow, Alter, hast du ein Glück? Nee, nicht Glück Können, pures Können Glück Okay, noch eine Runde, komm Okay, wo bist du? Ich sehe dich Halt Jetzt nehmen wir Wonderland Gut Ja Sieht auch nicht schlecht aus So Alter, ich sehe dich nicht Jetzt Ich habe dich vorhin nicht gesehen Und du schwebst bei mir Richtig? Ja Ja, komm Nee Jetzt webst du nichts mehr Nichts mehr Passt Nein Ja Du weißt, du bist einfach schlecht Ja, du bist einfach Du hast mich in diesem Spiel noch nie heruntergebracht Nee Nur vorhin, gell? Das war ich Junge Junge Ich schlage einfach mal immer dich Statt den Schnee Ja, ich Ich auch Oh, Alter Knapp, knapp Du weißt niemals hier Komm Nee, gell? Nein Nein Sag dich doch Nein, 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 nein wow Man, wie schlecht bist, nein Ja Drei zu zwei Ich hole auf ich hab die ich hab dich geschlagen nicht in Schnee nein 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 mein eigenes Todesloch gegraben das war unerwartet oder ja so jetzt ist es der ab an der Acht 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 so ein ich sage die Verheilung kommt noch eine Runde Aber bist du? Ich bin wieder da. Gut, ich komme. So, dann nehmen wir jetzt... ...Tempel. Auch nicht schlecht. 5 zu 7. Was 5 zu 7? Das steht hinter dir. Ah, und hinter dir steht 9 zu 3. Also, ich habe ein Trammer gewonnen. Und du, noch einmal. Oh, Alter, ich habe Legs! Oh, nur 30 FPS. Warte schnell, bitte. Oh, jetzt ist gut. Junge. Nein, nein, nein. Oh, du bist vor mir hier. Ich habe vor dir das scheiß Wasser berührt. Warte. Komm, komm, komm. Steht ab. Nein! Ja, ich habe wieder so Frame-Einbrüche. Warte schnell. Gut, jetzt habe ich wieder 60. Gut, super. Du hättest weiter rennen müssen. Ich habe wieder nur 30! Alter! Was ist los? Bei diesen Leuten. Nee, bei diesem Minecraft. Nein, stirb, stirb! Junge, stirb du! Stirb, 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 stirb! Nein! Ja, geil! Ich habe die Blöcke selber weggegraben. Ja, ja. Ja, sag ich immer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, fail. Ja, ja! Alter! Diese Hunde durch sich gerade vorlaufen. Oh, Junge. Junge, warte schnell. Jetzt ist wieder gut. Mit den Frames. Alter! Ich habe immer so tiefe FPS! Wow, alter! Taktisch, taktisch. Das war von dir taktisch eher... weniger Klub was machst du bis nun und mich an Mönnen werden und ich kann mich auch an bis zu beiden unterscheiden lausetraum Schatten ich habe Nein! Oh, warte, ich habe wieder hier stehen. Junge, scheiß Spiel, komm klar auf dein Leben. Alter, du bist so ein Pisser. Warte! Alter. Junge, komm, lass das mit dem Campen, das ist Kacke. Warte, ich habe hier. Ja, super. Kampag und der Fall runter Kampagnen und der Kampagnen Rapport ein Jahr gar nicht gut und die wir sind jetzt bei 14 Minuten und 30 Sekunden wenn euch die Folge gefallen hat lassen positive Bewertung hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder macht's gut, macht's gut, bis dann, ciao